Hamburg mittendrin, die Ruhrbarone in Nordrhein-Westfalen, das Heddeshain-Blog im Odenwald, Regensburg Digital und der Passauer Bürgerblick. Lokale Online-Medien, die sich mittlerweile zur echten Konkurrenz der Lokalzeitungen vor Ort entwickelt haben. Wir haben halt die Freiheit, dass wir kein Blatt vor den Mund nehmen müssen. Ich habe keine Verlege bei mir, habe keine Chefs bei mir und kann frei Schnauze schreiben und was ich will und auch anprangern. Und das macht uns wahrscheinlich auch so gefährlich, weil wir nicht kontrollierbar sind. Stefan Aigner und Hubert Denk sind gefährlich. Für die lokalen Politiker, die Unternehmer und für die Tageszeitungen in ihren Städten. Es gibt normale klassische Lokalzeitungen, die das gesamte Spektrum versuchen abzudecken thematisch, was in einer Region berichterstattenswert ist. Aber bestimmte Themen werden halt eben dann auch entweder nicht gefunden oder sollen nicht gefunden werden. Und da schlägt die Stunde der Lokalblogs und die sind dann durchaus komplementär und können einfach mal versteckte Themen einfach mal aufdecken. Themen, die die etablierte Presse eben nicht berichtet. So wie den Fall des Unternehmers Karl-Heinz Götz aus Regensburg. Stefan Aigner erzählt uns, wie er und sein Kollege Robert Werner wochenlang recherchierten. Sie deckten auf, dass der Unternehmer seinen Doktortitel unter außergewöhnlichen Umständen an einer Universität in Spanien erworben hatte. Und was ist jetzt das Problem eigentlich mit dieser Doktorarbeit? Naja, da gibt es verschiedene Fragen, die man sich am Anfang stellen kann. Warum schreibt jemand eine Doktorarbeit über die Schulgeschichte der Oberpfalz an einer Universität in Spanien? Bei einer Doktormutter, die ansonsten nie einen Doktoranden angenommen hat, die sich nie mit diesem Thema beschäftigt hat, die ansonsten Didaktik der Geografie lehrt. Regensburg Digital veröffentlicht die Geschichte über die vom Deutschen ins Spanische übersetzte Doktorarbeit. Die Fragezeichen werden größer, auch überregionale Medien steigen ein. Nur die Lokalzeitung, die Mittelbayerische, schweigt dazu zunächst. Stattdessen freundliche Berichterstattung über die große Ehre, dass Götz das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde. Wochen später verkündet sie unter Berufung auf die Spanische Uni alles korrekt mit dem Doktor. Der Chefredakteur äußert sich nur am Telefon, sagt dazu, die Persönlichkeitsrechte von Götz wiegen für die Zeitung schwerer als das öffentliche Interesse. Prinzipiell gibt es ganz viele Gründe, wie so etwas zustande kommt. Es gibt den einen Fall, dass zunächst mal eine Lokalzeitung auf das Thema nicht kommt und dann aus irgendwelchen Gründen, weil man sagt, man findet es nicht wichtig genug. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass es wirtschaftliche Interessen gibt, die bestimmte Themen dann eben verhindern, weil das vielleicht mit Loyalitäten Anzeigenkunden gegenüber in Konflikt gerät. Und es gibt natürlich auch oftmals Gründe, sich nicht mit den politischen Eliten eines Ortes anzulegen. Stefan Aigner legt sich an. Sein Blog ist mittlerweile eine echte Alternative zur Lokalzeitung. Sind Sie irgendwie jetzt der Gegner, sind Sie hier der Local Hero, der gegen diese Zeitung kämpft? Nö, gegen die Lokalzeitung zu kämpfen, so sehe ich mich nicht. Ich beschäftige mich mit denen vielleicht vier, fünf Mal im Jahr, wenn es notwendig ist. Und jetzt bei dieser Geschichte Götz, da ist es notwendig. Aber in erster Linie mache ich halt meine eigenen Geschichten und die Lücke ist da und darüber schreibe ich. In Passau ist Hubert Denk zuständig für die Lücken in der Berichterstattung der anderen. Vor einigen Jahren deckte er eine fragwürdige Spende eines Laborunternehmers an die CSU auf. Seitdem ermittelt die Staatsanwaltschaft, und zwar gegen Hubert Denk selbst. Damit wollen die Ermittler offenbar den Informanten finden, durch den er damals von der Spende erfuhr. Es ist bedrückend, weil man noch nie so oft das Wort Beschuldigter irgendwo gelesen hat. Und es gibt einem halt so, ja auch ein Gefühl der Hilflosigkeit, wo man sagt, ich weiß ja, ich habe nichts Unrechtes getan und jetzt bin ich aber sozusagen hier stigmatisiert. Hubert Denk hat schon mehrere solcher Verfahren erlebt. Er lässt sich nicht kleinkriegen. Seine Online-Zeitung Bürgerblick ist mittlerweile so erfolgreich, dass er sie sogar wieder drucken lässt. Und ihr kämpft richtig ein bisschen gegen die Lokalzeitung? Ja, das macht auch Spaß und ist auch unsere Aufgabe. Wie reagieren die? Ich finde es eigentlich cool, weil wir sind so ein kleines Korrektiv und bilden Gegenstimme und das belebt eigentlich die ganze Zeitungslandschaft. Hubert Denk kann vom Journalismus leben. Er verteilt sein Heft an verschiedenen Verkaufsstellen in Passau, eigenhändig. Auflage knapp 2500. 2,50 Euro kostet ein Bürgerblick. Der ist natürlich mittlerweile nach all den Jahren, in denen er erscheint, ein etabliertes Medium. Ist wahrscheinlich von der Auflagenhöhe weit entfernt von der Lokalzeitung. Aber er hat eine feste Klientel, die das gerne aufnimmt. Hubert Denk und das Ermittlungsverfahren gegen ihn sind schon längst zum Fall für viele überregionale Medien geworden. Die Lokalzeitung vor Ort berichtet allerdings nicht darüber. Im Fall der Passau Neuen Presse muss man einfach sagen, dass es sich hier um ein Berichterstattungsobjekt handelt. Hubert Denk, der eben die personifizierte Gegenöffentlichkeit ist. Das ist der Stachel im Fleisch der Passau Neuen Presse seit vielen Jahren. Hubert Denk und Stefan Aigner haben sich mittlerweile Achtung erworben für ihre journalistischen Leistungen. Ihre Einnahmen sind überschaubar. Aber die Folgen ihrer unbequemen Berichterstattung nehmen sie in Kauf. Nein, dann springt halt mal ein Anzeigenkunde ab. Ist bitter, aber sobald ich davon abhängig bin, dann kann er mich wirklich fest anstellen lassen. Dann kann ich auch zu einer Werbeagentur gehen oder einer PR-Agentur und den Job komplett an den Nagel hängen. Ich denke mir, dass ich gut überleben kann, weil die Leute wieder verstehen, dass Journalisten eigentlich eine wertvolle Arbeit machen. Deswegen zahlen die auch für mein Blatt. Deswegen zahlen die vielleicht auch sogar freiwillig auch beim Online-Auftritt. Das heißt, es ist durchaus ein Umdenken da und die sagen, wir wollen lieber so kleine Querdenker, die da in dem Markt ein bisschen aufmischen, als die angepassten Medien. Das heißt, es ist durchaus ein Umdenken.